Cyber Security ist das Thema, mit dem sich heute alle Unternehmen befassen müssen. Bedrohungen wie Sabotage und Spionage in der Industrie gehören in unserer durch das Internet verbundenen Gesellschaft zum Alltag. Mit fortschreitender Digitalisierung in industriellen Unternehmen werden daher Maßnahmen für Anlagensicherheit, Netzwerksicherheit und Systemintegrität immer wichtiger. Siemens gibt mit dem Defense-in-Dev-Konzept Antworten in Form einer mehrschichtigen und ganzheitlichen Verteidigung für industrielle Netzwerke. Wie gerade erwähnt, ist ein wesentlicher Bestandteil des Defense-in-Dev-Konzepts die Netzwerksicherheit. Siemens bietet mit den Industrial Security Appliances Firewall und VPN Appliances in verschiedenen Ausprägungen. Mit dem Scalens S615 steht eine Security-Komponente zur Verfügung, die mit fünf elektrischen Ports bei kleineren Netzwerken ihren Einsatz findet. Mit Firewall Datendurchsetzung von 64 Megabit pro Sekunde und VPN Datendurchsetzung von 35 Megabit pro Sekunde erfüllt sie die Anforderungen kleiner Maschinen-Applikationen. Für höhere Anforderungen hinsichtlich Datendurchsatz und Leistungsfähigkeit bietet Siemens die neue Produktlinie Scalens SC600 an. Mit diesen Industrial Security Appliances stehen sowohl reine Industrial Firewall als auch kombinierte Firewall VPN Appliances mit elektrischen und optischen Ports zur Verfügung. Mit Firewall Datendurchsetzung von bis zu 600 Megabit pro Sekunde und VPN Datendurchsetzung von bis zu 120 Megabit pro Sekunde werden auch große Automatisierungsnetzwerke gesichert an überlagerte Strukturen angebunden. Alle Industrial Security Appliances lassen sich über Webbest Management konfigurieren, bieten ein flexibles Security-Zonen-Konzept und die Möglichkeit über NAT auch Serienmaschinen an gesicherte Netzwerke anzubilden. Ein durchgängiges Engineering im TIA Portal sowie die Diagnose in der Netzwerk-Management-Software Cinema Server erlauben eine zentrale Administration der Geräte. Als gesicherte Fernzugriffslösung können die Security-Komponenten sehr einfach über die Autokonfigurationsschnittstelle in die Management-Plattform Cinema Remote Connect eingebunden werden. Die Digitalisierung schreitet voran, die Cyberbedrohungen ändern sich, aber es gibt keinen Grund sich davor zu fürchten. Mit den richtigen Security-Konzepten und Produkten wie den Industrial Security Appliances GLMS haben Sie immer einen digitalen Schutzengel an Ihrer Seite. Vielen Dank!